Liebe Schwestern und Brüder im gemeinsamen Glauben an den auferstandenen Herrn, Christus ist die Brücke, die uns zur Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott führt. Und das Gebet ist das Beschreiten der Brücke, die Gott uns gebaut hat. Der Brückenschlag Gottes findet seine Fortsetzung in der Vernetzung der Menschen untereinander. Darum heißt das Motto des 99. Katholikentags, mit Christus Brücken bauen. Unter diesem Leitwort versammeln sich die deutschen Katholiken im nächsten Jahr in Regensburg. Ich lade Sie herzlich ein, vom 28. Mai bis zum 1. Juni 2014 nach Regensburg zu kommen. Wir wollen gemeinsam die Brücke des Gebetes beschreiten und die gesellschaftspolitische Relevanz unseres Glaubens ins Licht stellen. Amen. Amen.